Tomary hat ein altes Auto gekauft und will es reparieren. Jetzt sind hier bei mir im Chat die Kfz-Mechatroniker gefragt und die Kfz-Mechatronikerinnen, Kfz-Mechatronikerinnen, also jemand, der Autos Ahnung von Auto hat. Hat er hier meine Ahnung? Wir gehen rein. Thomas hat sich ein altes Auto gekauft und will das hier reparieren. Thomas, guter Mann, ehemalig mein Cutter, jetzt selbstständiger YouTuber und Kfz-Mechatroniker. Hab mir ein Auto gekauft. Ein alter Volkswagen Golf 5 Variant, Baujahr 2008. Ne, echter Klassiker. Mein Ziel ist es jetzt, das Baby hier auf Vordermann zu bringen. Das zugegebenermaßen seine besten Tage schon hinter sich hat. Ich will aber versuchen, das zu ändern und dafür zu sorgen, dass es sogar in Wert steigt und mir hinterher jemand mehr dafür bietet, als ich dafür gezahlt habe. Oh, okay, crazy. Der Haken, ich habe keinen Plan von Autos und habe auch noch nie irgendwas an einem Auto geschraubt. Noch nicht mal einen Reifen habe ich schon mal gewechselt. Das höchste der Gefühle war echt, einfach mal Scheibenwischwasser auffüllen. Diese geballte Unfähigkeit wollen sich auch die Profi-Mechatroniker vom Volkswagen Economy Service nicht entgehen lassen und werden daher später auf dieses Video reagieren und mir und auch euch zeigen, wie es vielleicht ein bisschen richtiger gegangen wäre. Es wird ihnen halt wahrscheinlich der ein oder andere grobe Schnitt so auffallen, der mir am Auto passieren könnte. Ey, ihr habt keine Ahnung, was ihr jetzt machen soll, um das noch irgendwie zu retten. Wir finden jetzt aber erstmal heraus, wie ich das heiße Gefährt ergattert habe, wie viel ich dafür hinbettern musste und ob ich damit vielleicht mies über den Tisch gezogen wurde. Boah, Digga, nee, Junge, guck mal. Und reisen dafür zwei Wochen zurück in die Vergangenheit. Boah, die Felge. Auch ein Auto. Beliebt und auch bekannt genug, damit wir leicht Ersatzteile bekommen. Gut genug, damit wir damit auch eine Menge Spaß haben werden. Aber rossig genug, damit wir da auch noch was zum Verbessern haben und auch eine gute Wertsteigerung drin ist. Ich denke da an den Golf 5. Marke Volkswagen, Modell Golf. Chat, schreibt jetzt mal rein, was ihr schätzt, was ihr für das Auto bezahlt habt. Preis bis 5.000 Euro. 156 Angebote. Chat mal rein, was ihr denkt, was das gekostet hat, ihr Karre. Getriebe, genau. 2,5, okay. Dann gibt es noch 16 Angebote in der Umgebung. Hui, ehrlich gesagt, und ich weiß, es wird immer besser, habe ich noch nie ein gebrauchtes Auto ausgesucht. Mein erstes Auto war zwar auch 12 Jahre alt, aber das hat mein Dad für mich von meinem Gag gekauft. Drum, keine Ahnung. Oh, da sehe ich schon mal was. Hier ist gut was hinten verrostet. Das könnten wir vielleicht reparieren. 150 PS ist krass. Oh, der hat auch gute Kratzer. Hier unten auch richtig fette Schramm. Das ist eine schnelle Farbe. Das Auto befindet sich in einem guten Zustand. Neue TÜV. Für weitere Fragen schreiben Sie oder rufen Sie? Hallo. Okay, ich habe gerufen. Er sieht schick aus. Hab dich verbeultet. Stimmt. Oh, da sehe ich mich mit dem Vorschlaghammer. Da hätte ich richtig Bock drauf, das auszubeulen. Das wäre cool. Wir rufen mal an. Riesendelle, finde ich cool. Ich habe bei Ihnen auf mobile.de ein Auto gesehen. Ah, schon reserviert. Okay, alles klar. Ah, schade. Okay, gut, der Nächste. Oha, er hat TÜVs des Todes. Oha, er ist auch noch ein Kombi. Ist das überhaupt ein Golf für mich? Wie ist das ein Passat? Nee, steht Golf drauf. Okay, krass. Volkswagen, 5 Variant. Kein Reimportfahrzeug, Bordmappe, Shake-Health, zwei Vorbesitzer nur. Hier Automatik, Klimaautomatik, Sitzhaltung. Ah, Bruder, das Ding ist nie. Bordcomputer, Alufelgen, Face. Hä, was für ein Scheißgolf, Junge. Slipped Modellpflege. Piu. Der sieht so kacke aus, der Wagen, ehrlich. Ja, Mann. Könnte man da mal vorbeikommen und den Probe fahren? Okay, 16.30 Uhr, alles klar. Super, ciao. Also, der wollte jetzt unbedingt, dass er das ohne Gewährleistung verkauft. Also, wenn er so betont, dass er es ohne Gewährleistung verkaufen will. Ey, aber er hat TÜV bis 2024. Wir sind gerade in München und noch anderthalb Stunden haben wir vor uns. Das ist ein Auto. Mal schauen. Das sieht gut aus. Mehr oder weniger. Jetzt hat es halt super viele Schäden, aber ich... Alter, Junge, what? Hä? Ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt okay ist für den Preis. Hä? Das Teil hier ist richtig übel, aber das könnte man vielleicht sogar beheben. Wichtig ist, dass wir den Preis... Was? ... das haben wir gedrückt bekommen. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schaffe. Man sieht halt hier diese selbst lackierten Stellen. Vielleicht können wir die nochmal selber überlackieren und besser. Im Worst-Case wird es einfach noch schlechter. Ähm, genau. Ich habe mich mal reingesetzt. Das riecht nach dem Auto, in dem mal ein Hund gehalten wurde. Zigaretten jetzt nicht. Schon mal gut. Und ich würde sagen, dann drehen wir gleich mal eine Runde. Es ist Automatik. Okay, perfekt. Dann stelle ich mich jetzt gleich nicht komplett peinlich an. Klimaanlage geht auch, riecht ein bisschen, aber geht richtig gut. Also die ist jetzt schon saukalt, ging super schnell. Ey, ich finde es krass, also von hier drin funktiert alles tip-top perfekt. Also der Wagen maximal 2.000 Euro, oder? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel das Auto eigentlich wert ist. Ja, 2.000 Euro, oder? Chat, was sagt ihr? Wir gehen jetzt nochmal irgendwie auf eine Landstraße. Weil so bis 30 kmh fährt er schon sehr, sehr gut, aber viele Schäden erkennt man auch erst, wenn man 100 währt. So, Landstraße, Sportmodus. Hä? Das Fenster schließt nicht. Macht nicht. Ja, ich schaue mir das jetzt mal an. Vielleicht ist das auch so ein Schaden, den man komplett easy reparieren kann, aber der bei uns jetzt fehlt, gut den Preis drückt. Mal schauen. Hat er keinen Bock drauf. Gut, dann fragen wir nochmal den Händler und schauen, ob wir damit den Preis ein bisschen drücken können. Also ich würde auch so nehmen, aber müssen wir schauen, ob wir nachher den Preis was machen können. Ja, sag was. Also für 4.000 möchte ich den so direkt abkaufen. Für 4.000? Triffen wir uns in der Mitte und fährt. 4.3. 4.3? Schmerzlos. 4.000? Chat, wurde der verarscht? Wurde der gescammt? Wurde der gerade gescammt? Okay. Wurde der gerade gescammt? Papiere, Schlüssel, jetzt fahren wir nach Hause und jetzt wird dann irgendwie noch was angemeldet. Das ist natürlich in Deutschland super komplex. Und dann können wir es abholen. Dann fahren wir nochmal die zwei Stunden. Ey, nicht sein Ganzen. Ich habe einfach ein Auto gekauft. Also ich finde es gut, dass ich nochmal 300 Euro runde gekriegt habe. Allerdings sind natürlich auch das Fensterteil da hinten wirklich kaputt bei dem Auto. Ich hoffe, das kostet weniger als 300 Euro zu reparieren, sonst war das ein richtig schlechter Deal. Aber das wird schon. Ich hoffe, ich glaube, das wird schon. Während ich auf den ganzen Papierkram warte, habe ich die Zeit schon mal genutzt, um im Internet alles zu bestellen, was wir brauchen. Unter anderem zum Beispiel Original-Lack, der logisch 1 zu 1 dieselbe Farbe hat wie der am Auto. Eine Woche hin und her mit der Versicherung, dem Kennzeichenshop, der Zulassungsstelle und querulantischen Bargeldautomaten später. Und... Eine gute Volkswagen Golf 5 Variante ist hier. Ähm, ja. Ich habe dir gesagt, ich wurde so verarscht. Da ist mir was ziemlich weiniges passiert. Äh... Ja. Das ist schon mal überhaupt nicht gut. Da geht nichts mehr. Und zwar habe ich gestern vergessen, die Lichter auszumachen. Ja, das Problem ist jetzt halt, dass die Batterie da drin gar nicht so happy darüber ist. Deswegen machen wir da mal auf. Ne, warte. Ist die Batterie überhaupt vorne? Ich weiß noch nicht mal, wo die ist. Google. Meist unter der Motorhaube. Gut, perfekt. Machen wir da schon mal richtig. Also, Bruder, das hättest du ja wohl noch wissen. Äh, also... Eieiei. Boah, sieht das scheiße aus. Alter, sieht das scheiße aus. Ha. Hm. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wäre es echt ultra schlau gewesen, da schon mal reinzuschauen. Er hat einfach 4.000 Euro verbrannt, ohne in die Motorhaube zu gucken. Ich glaube es nicht. Bevor ich das Auto kauf. Das da hinten mit der Isolierung sieht echt nicht so geil aus. Aber wir gucken uns jetzt erstmal... What the... ...rede, damit das Ding wieder läuft. Chat, guck mal, hä? Also, man kann... Hoffentlich wieder aufladen. Ich messe das als allererstes mal, wie hart die entladen wurde. 5 Volt. 12 Volt sollte sie haben, das weiß ich. 5 Volt ist schon eine ordentliche Tiefenentladung. Tiefenentladung ist nicht gut. Die Spannung sollte bestenfalls zwischen 12,4 und 12,7 Volt betragen. Liegt sie unter 12 Volt, kann ein Batteriedefekt vorliegen. Okay, wir machen es kurz. Die ist kaputt. Mega dumm. Extrem dumm. Das heißt, die Batterie muss raus. Golf 5. Autobatterie entfernen. Beim Abklemmen immer erst den Minuspol bedienen und danach den Pluspol beim Anklemmen dann genau anders. Ah, okay. Okay, das musst du wissen. Erst Minus. Das klingt ja schon mal nachtbar. Dann soll das hier runtergehebelt werden. Ah, das habt ihr ja easy geklappt. Und dann geht's halt in den nächsten. Ganz schön schwer, so ein Ding. Und hier haben wir die neue. Hier Plus, hier Minus. Super. Bombenfest. So, die Kontakte gehen jetzt hier nicht 100% drauf. Drum helf ich mir ein bisschen nach. Ist das richtig, Chat? Darf man das machen mit dem Hammer? Fest. Ich weiß jetzt nicht, wie schlau es ist, eine Batterie mit dem Hammer zu hauen. Ist das legal? Das ist schon mal fest. Und jetzt probierst du einfach nochmal. Ja, darf man? Okay. Jawoll. Das heißt, ich habe schon mal eine Sache repariert. Okay, ich habe es auch selber kaputt gemacht. Aber? Ich habe es referiert. Das ist sogar Two-Head einfach. Das ist nice. Ist drafbar, ist drafbar, Chat, ja? Ha! Alter, dann müssen wir noch so viel machen, dass die wieder halbwegs brauchbar aussieht. Okay, wir sehen, dass hier die Motorhaube vorne echt abenteuerlich mal irgendwie lackiert wurde. Das wurde wirklich von einem Sechsjährigen gemacht, ne? Einem Laien, der ja hoffentlich weniger Ahnung hat als ich. Hoffentlich kriege ich es nämlich jetzt besser hin. Und dafür müssen wir es jetzt einmal abschleifen. So, dafür mache ich hier erstmal ein Stückchen Pappe drauf, damit ich hier nicht später auf das Logo drauf schleife. Wie sinnvoll das jetzt ist, so wie ich es gemacht habe, weiß ich nicht. 80er Schleifpapier. Das kann man so nicht machen, oder? Das kann man so nicht machen, Chat. Bitte nicht. Schöne Atemschutzmaske. Kann man das einfach so abschleifen, Chat? Das wird jetzt echt wild, weil ich jetzt mutweilig ein Auto erstmal kaputter mache. Ist das richtig? Also, so macht man das, ja? Okay. Sieht auf jeden Fall, dass schon ordentlich was gemacht wird. Und hier wurde auch richtig krass drüber gespachtelt. Ja, das tut ja mir sogar schon fast weh. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schleifpapier eine Stufe Feiner drüber. So, jetzt wird es mal gereinigt. Und als erstes blase ich mal ein bisschen diesen Staub weg. So, jetzt würde ich nochmal entfetten. So, damit ich jetzt nicht irgendwie alles voll mache, würde ich es nochmal ein bisschen abdecken. Ich mache dazu einfach mal hier so eine Folie rein. Das klingt jetzt zumindest in meinem Kopf nach einer guten Idee. So zum Beispiel. So, jetzt wird grundiert. Das geht doch so in die Scheißhose, oder? Das ist so eine Schicht, habe ich auch erst erfahren bei der Recherche hier fürs Video, die man einfach vor dem Lack drauf macht. Beim Grundieren ist mir aufgefallen, dass bevor ich abgestiffen habe, hier ja auch bereits diese Streifen drauf waren. Und ein bisschen erinnern mich die an die Schlieren, die bei mir hier entstanden sind. Ich könnte mir also vorstellen, dass der Vorbesitzer das gleiche Problem hatte wie ich. Müsste man nicht eigentlich die ganze Motorhaube abschleifen und dann neu lackieren? Wäre das nicht der Move eigentlich, oder? Also, oder? Also, ja. Ja, gut. Naja, abwarten. In 24 Stunden ist die Grundierung trocken. 24 Stunden später, ich habe den Wagen jetzt mal angefahren, weil es draußen aber geregnet hat. Es ist hier alles komplett nass. Ist aber kein Problem, es war lang genug trocken. Ich bin jetzt echt am überlegen, weil normal geht das weiter mit dem Lackieren. Aber ich würde trotzdem hier nochmal drüber polieren, weil ich weiß jetzt nicht, was hier davor noch ein Schaden ist und was eigentlich eine Verschmutzung ist. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Duschabzieher. Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Also nehme ich ganz klassischen Schwamm. So, ich bilde mir jetzt ein, dass das voll gut... Aber sieht clean aus. Sieh nach Fade vorne, Junge. Perfekt vorbereitet ist jetzt zum Lackieren. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber gut, irgendwann muss man loslegen. Basislack und Klarlack. Erstmal Basislack natürlich. Ich glaube, man sollte es noch nach oben hin abheben. So, und zwar habe ich dafür ein Stück Pappe. Jetzt wird es ernst, jetzt wird es lackiert. Ich glaube, richtig brauche ich. Ich fange mal von unten an. Das wird so scheiße aussehen, oder? Ja, also ich bin mir jetzt nur so zu... Oh mein Gott, Alter. Alter. Macht dir das Auto gerade noch weniger wert? Was macht der da? Thomas? Thomas, Junge! Ich bin 10% sicher, dass das der richtige Farbton ist, den ich recherchiert habe. Na ja. Nach einigen Durchgängen hat sich die Farbe vom anfänglichen Hellblau immer mehr zu dem Originalfarbton des Autos angenähert. Und jetzt nach der zweiten Lackschicht stimmt der Farbton genau. Genau. Man sieht keinen Unterschied zwischen hier und da. Dicker. Eine Lackierung ist nicht perfekt. Dafür hätte man auch die komplette Motorhaube lackieren müssen. Aber nachdem der Lack mehrere Stunden getrocknet hat, kommt nun der Klarlack drauf. Und damit sieht die Motorhaube dann hoffentlich ein Stück schöner aus als vor meinem Eingriff. Es ist jetzt was passiert, was ich mir nur so halb erklären kann. Und zwar ist überall hier so ein grauer Film drauf. Ich glaube, dass es halt einfach irgendwie... Der Lack ist aus der Luft, der sich jetzt irgendwie abgesetzt hat. Komplett komisch. Er geht auf jeden Fall leicht ab. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es jetzt schlauer, wenn ich das nochmal einfach abwischen würde, bevor ich jetzt quasi weiter nochmal drüber lackiere. Chat, jetzt ganz kurz. Kann bitte jemand bewerten, ob das dumm ist oder gut, was der macht? Also ich glaube, über den halbtrocknen Lack mit Entfett darüber zu gehen... Oh, Dicker, nein. Bruder, was machst du da? Was machst du da, Bruder? Was machst du da? Was machst du denn da, Dicker? Was ist das? Thomas, Junge, du solltest Auto mehr wert machen, nicht weniger. Alter, Dicker, Bruder. War das dümmste überhaupt, weil jetzt, glaube ich, habe ich den Lack überall... drüber beschmiert und gelöst und jo. Ey, ihr habt keine Ahnung, was ihr jetzt machen soll, um das noch irgendwie zu retten. Kauf eine neue Motorhaube, Junge. Kauf eine neue Motorhaube. Ich polier jetzt einmal mal drüber. Keine Ahnung. Also viel schlimmer kann es nicht werden. Zweiter Klarlackgang. Let's go. So, zwei Tage später. Der Klarlack ist jetzt hart. Finde ich gut. Sieht auch schon optisch echt cool aus. Nur hier oben hat man diesen ganzen Staub noch. Und ich hoffe, den kann ich jetzt einmal wegpolieren. Dafür mache ich jetzt wieder ein bisschen Polierpaste drauf. Und let's go. Bevor ich das jetzt überall mache, wasche ich das nochmal kurz ab, weil dann sehe ich, ob das überhaupt was taugt. Also entweder diese Abdrücke kommen jetzt davon, dass ich hier zu wenig poliert habe. Oder dass ich hier zu viel poliert habe. Vielleicht wäre es auch schlau gewesen, erst einmal diesen Klarlacknebel hier abzuwischen. Also ich habe wirklich hart gezweifelt und ich sehe gerade, glaube ich, auch aus wie so ein... Oh, hat es geklappt oder... Oder... Ich lackiere halt. Aber ich glaube jetzt, wenn ich die ganze restliche Politur noch abmache, ich dachte, man sieht da immer noch irgendeinen Übergang. Das haben die auch alle im Internet gesagt, dass man das halt eigentlich nicht macht, weil dann halt übel der Übergang da sein wird. Aber es ist einfach nichts. Ey, das ist so krass. Weitergehen tut's hier hin. Das ist nicht richtig, oder? Das ist ganz falsch. Ganz falsch und ganz dumm alles. Ihr habt ja vorhin schon die ganzen Katze an der Stoßstelle gesehen. Ich hoffe, dass man die noch rauspolieren kann. Dafür muss ich aber als allererstes den Wagen nochmal umdrehen. Warum soll man nicht in der Sonne polieren, Chad? Was ist das Ding? Ja, perfekt. So. Hier sind wir einmal. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, erst einmal das ganze Auto komplett sauber zu machen? Also erst einmal in die Waschanlage zu fahren, maybe? Und dann das komplette Ding einmal, oder? Also dann hätte man... Das ist... Also, ja. Das ist schon wild. Also ich bin echt gespannt, ob man überhaupt irgendwas noch machen kann. Also als allererstes mache ich es mal sauber. So, erstes grobe Poliermittel. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass dadurch einfach die Katze weggehen. Aber ich glaube, da muss ich nochmal drüber mit dem groben. So, jetzt kommt Stufe 2. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was der da macht. Das weiß nicht. Beschädigt das nicht den Lack übertrieben und macht alles kaputt? Sieht, finde ich, soweit ich das beurteilen kann, definitiv besser aus. Der Vorher-Nachher-Vergleich, den ihr gerade seht, wird es auf jeden Fall nochmal deutlich besser zeigen können. Aber ich glaube schon, dass die ganzen Katze hier ein bisschen weniger auffallen. Klar, die ganz großen, die sind nicht alle rausgekommen. Aber ich wollte mich jetzt gerade um den Schaden hier am Fenster kümmern, dass der nicht mehr hoch und runter geht. Aber jetzt geht's einfach. Ich weiß nicht, ob mich die spontane Selbstheilung jetzt beruhigen sollte. Aber ich bin schon... Wenn der Lack zu warm ist, erschlägt der Blasen, verbrennt und hat dann mehr Schaden gemacht, dass die ganze Sache wert war. Das können wir direkt abhaken. Jetzt geht's an die Innenreinigung und normal macht man das sicherlich so, dass man das erste Mal diese Fußmatte hier rausnimmt. So, und die kann man natürlich draußen abklopfen, absaugen, alles gut. Aber das hier unten, ja, da ist auch überall Staub drin und normal saugt man den einfach ab und gut ist. Aber alles geht da halt eigentlich nie so richtig raus. Jetzt habe ich aber auf Instagram so ein Video gesehen, wo einfach jemand einen Exzentler-Schlafer drauflegt, den anmacht und einfach außen nirgendwo kommt dann einfach tonnenweise Staub, die er dann einfach wegsaugt. Das klingt so dumm, dass ich es jetzt auch probiere. Klappt das oder nicht? Hier unten sogar Kleppverschluss, also das hält auf jeden Fall schon mal halbwegs gut. So, let's go. Oha. Okay, krass, das funktioniert einfach genau so wie in dem Video. Das ist ja geil. Hä, wie krass? Das ist ja, das ist ja saugig. Hä? Ja, nicht schlecht, also das ist auf jeden Fall Staub. Mitgekommen, den ich sonst nicht rausgekriegt hätte. Apropos nicht rauskriegen, also... Boah, aua. Ja gut, nichtsdestotrotz, hat gut funktioniert. Okay, krass. Das ist ja wirklich heftig. Nachdem das Auto dann ordentlich von innen und von außen geputzt wurde, ist das das Ergebnis. Und der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, was ich aus dem gebrauchten Volkswagen alles rausgeholt habe. Also basically hat er ihn einfach nur, also er hat ihn nur sauber gemacht. Wäre es nicht so, dass wenn man den zu einer kranken Innenraumreinigung bringen würde, dass die richtig viel Geld da noch rausholen könnten, ja, oder? Also, er hätte die Felgen runternehmen können, ne? Er hätte ihn aufbereitet, nicht repariert, oder? Ich habe ganz vergessen, wie schlimm die Motorhaube am Anfang doch aussah und bin schon ein bisschen stolz, wie viel besser ich die Lackierung hinbekommen habe, als der Vorbesitzer. Es sieht okay aus, oder, Chad? Ist das gut, oder? Auch die Verbesserung bei den vielen kleinen Kratzern im Auto durch die Politur kann sich sehen lassen. Nochmal zur Erinnerung. Gezahlt habe ich 4.300 Euro für das Auto, 5,69 Euro für die Grundierung, zusätzlich 86,60 Euro für den Volkswagen Basislack und Klarlack, 24,95 Euro für die Politur und ca. 50 Euro Spritkosten für den Transport des Autos, also insgesamt 4.467 Euro. Und der wird den jetzt wahrscheinlich für 1.300 Euro, für 1.300 Euro ausgeben und der hat die Batterie vergessen, auch by the way. Ziel muss es also jetzt sein, mindestens das wieder reinzuholen, am besten natürlich viel mehr. Und mit der neuen Batterie, die ich zwangsweise anbauen musste, fährt er jetzt auch wieder wie eine Eins, und zwar zum Autohändler, wo ich ihn verkaufen will. So, wir sind jetzt hier, bei dem Autohändler, dem ich mein Auto andrehen will. Digga, wenn er das jetzt beim gleichen Autohändler, wo er ihn gekauft hat, verkaufen möchte, also er wird auf jeden Fall Minus machen, oder? Er wird doch auf jeden Fall Minus machen, oder nicht? Oder glaubt ihr, der geht wirklich mit Plus raus, oder? Also auf jeden Fall. Hi. Hi, grüß dich. Thomas. Welcome. Jawohl, also, das ist der Wagen, den würde ich gerne verkaufen. Schauen wir uns mal die Details an. Ja, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Der Marken hat das schon, Kleinigkeiten, ja. Grün, alles drin. Jawohl. Wieso verkauft er den? Genau, also wir haben den damit gekauft, haben den hergerichtet und wollen den jetzt verkaufen. Irgendwelche Mengen, Bekannte? Also der hat halt mal vorne, glaube ich, einen Auffahrunfall gehabt. Die Front hat auch etwas mitbekommen, ja. Kilometerstand? 166. Was verlangen Sie für das Fahrzeug? Haben Sie eine Vorstellung? Wenn er jetzt 5.000 sagt, zieht der Typ in direkt eine Faust, wirklich. Ich hätte dafür gerne 5.8. Der Marktwert ungefähr von diesem Fahrzeug liegt bei 4.5. Ich denke, aber 5 können Sie dafür verlangen, ja. Was willst du jetzt persönlich? Ich bin jetzt mein Maximum liegt bei 2.7. Oh nein, er wurde so verarscht. Er wurde ja so verarscht. Der Typ würde ihm 2.700 geben. Das heißt, Thomas geht mit 2.000 Euro Minus raus. Er ist ja auch ein Händler, ja, ja, klar. Aber trotzdem, Chad. Oh, krass. Okay, heftig. Verstehe ich, verstehe ich, aber krass. Ich müsste die Motorhaube nachlacken lassen. Ich stehe hier. Eisdach, danke schön. Ich müsste noch Geld investieren, ja. Ja, für 2.7 kann ich nicht ergeben. Okay. Das bringe ich nicht übers Herz. Aber trotzdem, danke schön. Kein Problem. 5.000 Euro Marktwert meinte der Händler, also über 500 Euro Preissteigerung. Ich finde das krass. Nein, weil das wird ja keiner bezahlen, oder? Also ich würde es dir sehr wünschen, Bruder. Ich würde es dir sehr wünschen, aber also zahlt das jemand, Chad? Würde wirklich jemand das bezahlen, oder ist das, ist das, also... Auch wenn es echt mehrere Tage Arbeit war, macht allein die Motorhaube das Auto schon ungefähr 10 Mal cooler. Also wie die davor aussah, würde ich mich echt schon fast schämen, damit rumzufahren. Ich würde es jetzt voll fühlen, wenn er das einfach mit so 30 kmh gegen den Baum fährt. Für 2.7.000 direkt einen Händler zu verkaufen, das kann ich aber nicht machen. Da behalte ich ihn lieber selber. Ich habe 2.7.000. Das ist doch schon eine Idee, was wir in Zukunft noch mit dem Auto anstellen werden. Abonniert mich auf jeden Fall mal, dann verpasst ihr das nicht. Ich bitte fahr damit gegen den Baum, Digga. Ich bin jetzt gespannt, was die Profimechatroniker vom Volkswagen Economy Service dazu sagen, was ich hier fabriziert habe. Weil die reparieren täglich Autos und werden bald auf dieses Video reagieren und kritisieren oder loben dann, was ich hier angestellt habe. Und mit Sicherheit haben die einige Tipps am Start, wie ihr das in Zukunft besser umsetzen könnt als ich. Aber ich bin mehr als zufrieden und dann... Ich bin sehr unzufrieden.